Good morning in the morning. Willkommen zurück zu Seaport. Ja, ihr seht, es hat sich einiges getan, seitdem ich das letzte Let's Play gemacht habe. Es gab ja hier und da... Oh, Johnny Doe. Guck mal, hübsch. Das Bild. Ähm, ja, es gab einige Gameplays. Habt ihr ja schon gesehen, dass sich ein bisschen was getan hat. Oh, 12.000. Und gedacht, jetzt quatsch ich mal ein bisschen dabei. Bin mir nicht so sicher, ob das viele sehen, aber hab mir gedacht, komm. Ne? Kann man ja mal machen wieder. Ich würd sagen, hier Steine brauchen wir auch. Ja, es ist ein neues Event dran, schon seit einiger Zeit. Und ich muss sagen, bin ein bisschen enttäuscht. Weil... Ja, ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Ich mein, ihr wisst es selber. Man kann hier nichts erkunden. Und da freu ich mich eigentlich schon mal drauf, wenn man hier so erkunden kann. Und... Es ist nichts zu erkunden. Ja, das ist ein bisschen doof. So, jetzt gucken wir mal hier. Habe ich denn hier weggeschickt? Kiste, 54.000 Fisch. Meine Ressourcen sind auch ganz schön, äh, aufgebraucht. Also, Holz hab ich noch, Stein ein bisschen. Und der Rest ist dann schon eher knapp, ne? Also, einiges schon wieder weg. Sammle 540 Eisen. So, wollen wir mal gucken, wo wir unsere Schiffe hinschicken. Natürlich alle Schiffe, die über 95 sind. Erstmal zu den Schifffracks, ne? Schifffracks sind immer das Wichtigste für mich. Ja, wobei im Moment spiele ich ehrlich gesagt nicht so oft am Tag. Dass es sich groß lohnt, ähm, Schiffe zu Sachen hinzuschicken, die nur eine Stunde brauchen oder weniger. Ähm, geht's weiter? Ja. Also, da könnte ich eigentlich jetzt im Moment die Schiffe irgendwo hinschicken, wo es länger dauert, ne? So, mal gucken, was hier oben ist. Zehn Diamanten. Ich hab letztens 200 oder 250 Diamanten aus Versehen ausgegeben, äh, für ein Lager fertigzustellen. Ich hab mich einfach verklickt. Also, kein Witz. Ich hab mich wirklich verklickt. Das war sehr ärgerlich. War sehr, 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 sehr ärgerlich. Und, dass das Spiel hier so stockt, ist auch sehr ärgerlich eigentlich. Ja. Hm, ich weiß, 100 Mal hat man mir gesagt, ich soll das im Browser spielen. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht mache. So. Habe ich von diesen Vasen überhaupt genug? Ich verstehe ja nicht, warum das so schlecht lädt. Also, ich, ähm, spiele das ja hier über den Blues-Decks-Player. Und es läuft wirklich ganz schlecht eigentlich darüber. 252. Sehr gut. Das passt. Da kann man die Aufgabe hier fertig machen. Oder? Ne, 410 will der insgesamt. Eiei, das ist echt doof hier, dass das so verzögert ist. Das ist nicht so schön. So, schicken wir noch da hin. Also fertig kriege ich die Aufgabe dann wahrscheinlich nicht. Kann ich eigentlich auch die Schiffe jetzt irgendwo anders entschicken. Also Ressourcen holen oder so, ne? Hat es das hier gewesen? Vielen Dank, Krieger. Ja, bitte, bitte. Ähm. Ja, komm, schicken wir da hin jetzt. Ich guck mal, ich spiele das nachher trotzdem nochmal. Ja, mittlerweile 106, also Level 106. Das Leveln geht eigentlich ganz gut voran, aber. Ja, so ein bisschen, äh, kriecht hier der Alltag rein. Also es ist halt wirklich immer dasselbe dann. Anfangs war ich ja noch ganz begeistert. Es macht auch noch Spaß, das Spiel, aber. Ist nicht mehr so extrem wie am Anfang. Weil sich nichts verändert. Also mir fehlt wirklich hier bei dem Event, dass man erkunden kann. Das ist halt für mich das Schönste. Das Erkunden der Karte dann und dann kommen wieder neue Sachen und, ja. Dass in diesem Event das nicht ist, sehr schade. Sehr, sehr schade. So, komm. Tja. Also am Handy, die Aufnahmen, die sind wenigstens flüssig. Aber ohne Ton. Es geht immer nur entweder oder. Doof. So. Ja, jetzt geht noch die Schublade hier bei mir auf. Wollen wir da zumachen. Gucken wir mal. Also ich habe auch hier das neu. Ähm, Schmiede Level 1. So, können wir auch mal anmachen. Holzlager 86.000 Fisch. Ach, komm, wir machen es einfach mal. Das machen wir jetzt hier auch. Wir verbraten mal unseren ganzen Fisch jetzt. Eieiei. Wobei, Holz habe ich immer genug irgendwie. Also Holz habe ich noch nie gehabt, dass es irgendwie fehlte. Wenn was da ist, dann Holz. Also so das Produkt, was immer genug da ist. Und Fisch. Fisch habe ich immer zu wenig. Und ich kann das aber auch nicht mehr aufleveln hier. Doch, kann ich. 360.000. Okay. Also wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Münzen. Dann kann ich nämlich die Fischerei aufleveln. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel, ähm, fehlt. Wie viel Fisch man mehr bekommt. Muss man eben gucken. 165. Ja, ist jetzt nicht die Welt, ne? Ist nicht die Welt. Aber naja, ein bisschen mehr. Achso. Ja, ja. Schon wieder verpeilt. So. Müssen wir hier die ganzen Sachen abholen. So. Die Fässer. Und eigentlich muss ich Eisen holen für, ähm, diese Aufgabe da unten. Diese Tagesaufgabe oder was es ist. Eisen. Können wir hier abholen. So. Und. Mit dem Schiff können wir auch nur da hin. Gut. Und auch da das Eisen. Und mit dem Schiff können wir auch nur da unten hin. Alles da unten. Eine Stunde. Na gut, na gut. Wie viele Schiffe habe ich denn, äh, das ist ja. So, auch da unten. Hätte halt gerne irgendwie das da hinten hingeschickt. Ach. Toll. Jetzt habe ich genug Eisen. Das kann ja nicht sein. Schick ich das. Ah, ne, da war, da ging es nicht. Komm, auch ein bisschen durcheinander. Genau. So. Jetzt gucken wir noch, was wir bekommen haben. Und dann war es das für heute. Ach, na ja. Na ja. Okay. Ich will mich jetzt nicht beschweren. So, ich bin aber raus für heute mit der Runde Seaport. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.